40 Tage Reich Gottes. Heute Tag Nr. 29. Und das Thema lautet Leiden und Verfolgung. Und dieses Thema ist unbeliebt in der westlichen Welt. Aber wir müssen es betrachten, denn die Wahrheit ist es gehört zum Reich Gottes. Und wir lesen zusammen in 2. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 5. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichts Gottes. Dass ihr würdig geachtet werdet des reiches Gottes. Um dessen Willen ihr auch leidet. Reich Gottes und Leiden werden hier zusammen verbunden. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 10. Und geht direkt auf Verfolgung ein. Und er sagt, glückselig sind die, um Gerechtigkeit Willen Verfolgten. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit Willen Verfolgten. Denn ihre ist das Reich der Himmel. Wir haben weltweit ganz viele Christen, die verfolgt werden. Menschen, die geschlagen werden, getötet werden. Die ins Gefängnis müssen. Und Jesus sagt hier, glückselig seid die, die um Gerechtigkeit Willen verfolgt werdet. Und Jesus sagt hier in Matthäus 5, Vers 10. Denn ihrer ist der Reich der Himmel. Jesus geht noch weiter. Und er sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 44. Nicht nur, dass wir Verfolgung erleiden. Sondern er geht noch weiter und sagt, liebt auch noch eure Feinde. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Das Prinzip des Reiches Gottes heißt Liebe. Liebe auch eure Feinde. Und was machen wir jetzt mit denen, die uns verfolgen? Betet für die, die euch verfolgen. Liebt eure Feinde. Und betet für die, die euch verfolgen. Aber wie geht das? Wie können wir es machen in so schwierigen Zeiten? Wenn Leute voll gegen uns sind? Wir dürfen uns einfach entscheiden. Entscheiden für Freude. Paulus hat es auch erlebt. Er hat so viele heftige Sachen erlebt. Aber er hat sich immer entschieden für Freude. Ja, und es steht in Philippa 4, 4. Da sagt Paulus, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Es sagt, freut euch in der Lord always. Und wiederum sage ich, freut euch. Paulus hat es verstanden. Paulus hat es verstanden. Der Schlüssel des Reiches Gottes ist diese Freude. Die Freude, die man sich nicht rauben lässt. Die Freude, die man sich nicht rauben lässt. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich entscheidest für diese Freude. Es gibt diese Gesellschaft, Open Doors. Und sie kümmern sich um die Verfolgten weltweit. Und Christenverfolgung nimmt zu. Märtyrer-Tod nimmt zu. Und diese Botschaft wird immer aktueller weltweit. Als ich in einem Himmelserlebnis im neuen Jerusalem sein durfte, habe ich eine große Menge gesehen, an Menschen, die Gott anbeten. Und die waren so erfüllt im Herzen. Sie waren so glücklich. Sie haben Gott angebetet. Die Engel waren auch dabei. Und alle haben Gott angebetet. Und ich frage Jesus, Jesus, was sind das für Menschen hier? Und ich frage Jesus, was sind die Menschen hier? Und Jesus sagt mir, es sind die Märtyrer, die ihr Leben gelassen haben für mich. Es waren so viele Menschen. Aber sie waren zufrieden, weil sie Gott anbeten. Sie haben ihr Leben gegeben für Jesus. Und ich fange an zu sprechen mit einem dieser Märtyrer. Und er dreht sich zu mir und wir reden miteinander und ich frage ihn, war es nicht schlimm für dich? War es nicht hart für dich, dass du dein Leben gegeben hast, für dein Glauben? Und voller Erfüllung kommt er gerade aus dem Lobpreis raus. Und er dreht sich zu mir und er sagt, jeden Moment, den ich auf dieser Erde erlebt habe, hat sich gelohnt für die Herrlichkeit, die ich heute im Himmel habe. Ich habe mich erinnert an Römer 8,18, was Paulus sagt, dass die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht. Gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Die Herrlichkeit, die kommt, ist größer. Vielleicht erlebst du Verfolgung in deinem Leben. Vielleicht erlebst du heftige Zeiten in deinem Leben. Aber die Herrlichkeit, die kommen wird, die ist viel größer im Vergleich zu dem, was du heute erleidest. Bitte bleib treu. Bete für die, die euch verfolgen und liebt eure Feinde. Und ein Schlüssel ist immer, dass du freu dich alle Zeit auch wenn alles weh tut. Aber du freust sie alle Zeit. Als die große Weckung in China war und im Untergrund wurden Gemeinden gewachsen. Und sie hatten große Verfolgung. Und sie haben zu der westlichen Welt gesagt, bitte betet nicht, dass die Verfolgung aufhört. Sondern betet, dass wir durchhalten in der Verfolgung. Weil sie haben verstanden, die Herrlichkeit ist umso größer. Und wir wollen diese Herrlichkeit nicht loslassen. Ich möchte dich ermutigen. Vielleicht hast du richtig heftige Zeiten in deinem Leben. und du weißt nicht, wie du weitermachen sollst. Bitte bleib am Herzen Gottes dran. Und lass nicht zu, dass du enttäuscht bist von Gott. Die Herrlichkeit, die auf dich wartet, ist größer als die Probleme, die wir jetzt haben. Bitte bleib treu. Jesus geht noch weiter. Er redet nicht nur über Verfolgung. Er redet auch von getötet werden. Matthäus 10, Vers 28 sagt, Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch vielmehr von denen, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Jesus sagt, Bleibt auf dem richtigen Kurs. Fürchtet euch nicht vor denen, die euer Leib töten können. Viel wichtiger ist die Seele, dein innerer Menschen. Achte da drauf, dass du stark bleibst im Herrn. Wir haben ein paar Beispiele in der Bibel von Verfolgung. Stephanus wurde gesteinigt. Aber er hat die Herrlichkeit Jesu gesehen. Einige Gemeindemitglieder wurden unter dem Befehl von Herodes geschlagen. Der Bruder von Johannes, er heißt Jakobus, er wurde auf Befehl von Herodes hingerichtet. Petrus wurde ins Gefängnis geworfen. Paulus wurde auf Lystra gesteinigt. Paulus und Silas wurden ins Gefängnis gesteckt. Und Johannes musste auf die karge, felsige Insel Patmos. Verfolgung und Leiden war ein Teil der Apostelgeschichte. Aber Paulus hat den Schlüssel ergriffen. Und den will ich dir jetzt geben. Philippe 1 Vers 21 Das ist die richtige Sichtweise. Paulus sagt Denn mein Leben ist Christus und Sterben ist mein Gewinn. Für mich ist das Leben Christus und Sterben ist mein Gewinn. Das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen. Wenn dein Leben Jesus ist, kann man dir nichts klauen. Weil Jesus kann man dir nicht wegnehmen. Bitte bleib im Herzen Jesu. Und wisse 1 Wenn die Zeit dieser Erde zu Ende ist, kommt der größte Gewinn zustande. Denn mein Leben ist Christus und Sterben ist mein Gewinn. Vergiss niemals. Du bist höchst begünstigt. Tief geliebt. Und mächtig gesegnet. Und powerfully blessed. Amen. Amen.